Wie ist es eigentlich, bei Starlight Express zu arbeiten? Ich nehme euch heute mal mit durch den Bühneneingang. Durch die Tür hier geht, dann ist man direkt auf der rechten Seite der Hinterbühne. Hier direkt über die Treppe können wir dann einen Blick ins Publikum werfen. Hier gibt es übrigens auch eine riesige Treppe, die zwei Etagen nach oben führt. Und über die erreichen wir dann das Top-Level von der Bühne. Durch diese Tür hier geht es in unseren Kostümfundus. Hier sind zum Beispiel die Helme der Darsteller, alle Kostüme, die Gürtel und vieles mehr. Ganz wichtig natürlich bei einem Musical auf Rollschuhen, das Skate-Department mit den Rollschuhen. Wo wir gerade schon bei den Kostümen waren, gehen wir jetzt auch noch in unsere Maske, wo es die ganzen tollen Perücken gibt. Die werden alle hier im Theater selbst geknüpft. Das ist doch wirklich einer der coolsten Jobs, die man haben kann.